Willkommen hier wieder zurück zu World of Flowers und nicht nur das, heute ist das neue Update erschienen, das heißt endlose Romanzen und endlose Jahreszeiten. Ich denke, dass sie es ziemlich kassierig halten. Außerdem, könnte man eine Potato-Sack tragen und trotzdem sehen Sie gut. Hey, ihr auch. Los geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Well, Angus thought it would be lovelier in our consciousness center, but, alas, Francis was quite set on a civil ceremony, it seems I am honored that Angus and Francis have chosen me, their mayor, to preside over their special day Angus, do you take Francis to be your lawfully married by me, husband? I do And Francis, do you take Angus to be your husband? I do I now pronounce you husband and husband And I would like to take this opportunity to remind everyone to vote Hey, we sind jetzt gute Freunde Ich kann jetzt mit allen einmal reden Habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon, ja It was super nice of Angus and Francis to let me play at their wedding Even if everyone was, like, staring at me and I was so nervous, I kind of wanted to throw up It makes me so happy that one of my flock has found happiness I only hope Francis joins him on Sundays That was a nice wedding Weddings usually give me the hives, just like Everyone trying to outdo each other on social media Like your marriage is somehow going to be better if you have 500 mason jars filled with fairy lights Ähm, Francis Es ist windig, aber ist in Ordnung, dass gutes Wetter ist, ne Wedding's here are so small, it's adorable Back when my mom was trying to hire a matchmaker, she was planning 300 guests, minimum But that's typical back home All the moms use their kids' wedding to show off Just wasn't right for me Oh, er ist auch da I understand why Francis and Angus chose a civil ceremony I do hope Angus and Francis decide to take a honeymoon at some point You know my favorite part of weddings? The open bar I went to a dry wedding once Once So, jetzt mal gucken Hab ich, 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 pack hab ich nicht I love weddings Everyone so happy And the flowers Ha, Violet really outdid herself We're married Oh, I can't believe it I'm Mr. Angus Seton Calderon Francis couldn't believe that I sourced real island mangoes for the cake filling Thanks so much for helping me keep it a surprise, Tara Mal wieder gerne Oh, Parker's been working so hard on his wedding gift for Francis and Angus He always has been a hopeless romantic I still don't know why he picked me I'm so glad the wedding is over My sister's been a total stressball over the flowers Maybe now she'll mellow out Tch, who am I kidding? Violet doesn't really do mellow So, hier sind die letzten drei Oh, wasn't that wedding lovely? Oh, don't mind me Weddings always make me a little teary Huh, I am totally stoked for Angus and Francis I think they're like the coolest couple Plus, Angus made me some Ono malasadas once Wasn't that wedding ceremony great? I only wish I could have had me officiate my wedding to Mrs. Soft That wouldn't have been legal though Hmm, but maybe for our vow renewal Ich glaube, jetzt habe ich alle Finden sich niemanden? Ist mein nicht Ich glaube, die Zeit ist stehen geblieben Was? Die Torte? Okay Torte Okay Die konnten mir Hochzeitstorte mitnehmen Schön Aufgabe abgeschlossen Das will ich doch sehen So, die sind jetzt alle noch wahrscheinlich bei der Hochzeit Wie lange dauert es noch bis zur Bürgermeisterwahl? Ein Tag Oh mein Gott Ein Tag vorher war das? Oh lalala Aber egal Jetzt erstmal Ach Nein, das ist alles leer Oh, wie viel Oh, wie viel In dem bekomme ich denn Das ist ja schön Sind die jetzt gekostet oder nicht? Sieht nicht so aus, oder? So Und dann leg mal los Schön Dann muss ich jetzt mal gucken Ob ich mir diesen Diese Rolle herstellen kann Mit dem Anziehen Ähm So Wo haben wir es da? Dinge Ich will So Muss jetzt jedenfalls nicht aufstehen Und Aufstehen Muss ich jedenfalls nicht mal wieder klicken Waffen die alle noch? Oder was ist hier los? Sind die auch alle da? Das verstehe ich jetzt nicht Egal Gucken kurz hier oben Muss ja auch nochmal gießen Also auf der anderen Seite Im Nebel Hier sehe ich jetzt so schnell Auf die Schnelle nix Da Na toll Nur Münzen heute Hab ich ein Glück Dann fliegen wir auf die andere Seite Gießen die Pflanze Und dann Kommen wir eigentlich schon wieder zurück Eins und zwei Und schon sind wir fertig Und schon sind wir fertig Finde ich schade Dass hier so wenig in der Richtung passiert Gucken wir mal Ob die ja noch alle hier sind Oder ob das schon wieder vorbei ist Nee Die sind noch hier anscheinend unterwegs Kann ich jetzt mit denen reden? Ja Ja jetzt geht es Ja genau was ich Was ich vorhin sagen wollte War das Ähm Kann ich nicht nochmal mit denen reden Schade Ähm Dass das Update draußen ist Dass ihr jetzt sozusagen die Romanzen Erweitern könnt oder sowas Oder länger daten könnt Und ähm Dass das Spiel halt jetzt kein Ende hat Sondern jetzt Open End ist Was ich mal denke Eine sehr schöne Sache ist Für Leute die das Spiel Wirklich noch weiterspielen wollen Gegebenenfalls alles Auf 100% haben wollen Und noch ein zweites Mal gespielt hatten Irgendwie 100% zu bekommen Joa jetzt habe ich sozusagen erstmal Grob gesagt Nix mehr zu erledigen Ich muss jetzt die Wahl abwarten Und ich hoffe dass Matti gewinnt Aber gut das ich dann halt erst Wenn es wirklich soweit ist Jetzt gucken wir nochmal was jetzt hier ist Kommen sie jetzt auf oder nicht? Ne sind alle nicht da Feiertag und keiner ist da Na dann Dann helfe ich jetzt mal hier gießen Dass der fertig wird Erwische ich den daneben auch oder nicht? Ich glaube weil ich das im falschen Drehwinkel hatte Okay gut dann Wie ist da das jetzt? Hier unten hat auch noch nicht alles gekossen Was ist das denn? Wie geht der denn hier durch? Wie kühlig Kommt dann legen wir uns schlafen Dann erleben wir jetzt noch die Bürgermeisterwahl Oh die nächsten Sachen sind fertig Das sieht man auch gerne Das ist der Wahltag Steht da Giver am Zaun Schau nach was sie vorhat Okay Morgen, Giver Giver Wir sind bereit für die Verteidigung. Okay, aufhören, alle. Der letzte Verteidigung ist wie folgt. Autosoft, 9 Verteidigungen. Martin Emerson, 8 Verteidigungen. Und 2 Verteidigungen für Lena Dahl-Johnson. Was? Lena? Was ist er? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung für mich. Ich habe eine Aussage vorbereitet, in der Hoffnung, dass die Gemeinschaft auswählen würde. Als erste Akt als neuem reelekteten Herr, möchte ich die neuen Mitglieder der freundlichen Fairhaven-Nagier-Watts-Watts anrufen. Natalia und Thomas. Lena? Nicht hier, Tara. Oh Mann, was war das für eine Wahl. Hatte ich denn eine andere Wahl? Ich kann dir aber ein Geschenk geben. Das ist schon mal gut. Ich habe gar kein Geschenk mehr. Erinnerst du, wenn wir auf einen Lemonade-Stand in der Stadt laufen und dann unsere Erhöhungen auf Eis-Krieg? Ja! Was ist denn mit dem alten Eis-Krieg-Parlow? Mira. Jetzt, dass ich weiß, dass Juliette so schön so schön spielen kann, habe ich eine Mission. Wir werden eine Fairhaven-Band starten. Mitglieder aller Talent-Level sind willkommen. Ich bin willkommen. Any Skills you'd like to contribute? I can whistle with a blade of grass. Oh. You were serious? Ja, das war mein Ernst. Oh. Danke. Okay. Und jetzt heißt es eigentlich nur, abwarten bis es dunkel ist. Ich frage mich, wieso... ... der Kato gewonnen hat. Wird ich das Ergebnis irgendwie beeinflussen können? Nein. 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 Jetzt gieße ich doch beides. Mann. Nein. Ich will... Danke. Einsammeln. Nein. Danke. Nein. Nein. Was Neues werde ich jetzt nicht pflanzen. Das macht für mich jetzt erstmal keinen Sinn. Gucken, ob ich hier noch was an... Ein Gras hier? Ein Unkraut? Och man, schade, schade, schade. Kein Unkraut. Ein komplett unkrautfreier Tag. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wen habt ihr gewählt oder wen hättet ihr gewählt, wenn ihr in Fairhaven wohnen würdet. Hättet ihr auch Marty gewählt oder doch eher Otto? Und ich möchte jetzt hier nicht den Promibonus mit reinrechnen lassen, ne? Also das zählt nicht. Ich gucke, ich mache euch mal Gedanken, ja, was für die Zukunft oder eher nur Nachbarschaftswache, weil hier irgendwelche Leute vielleicht was Böses vorhaben, wobei wir ja wissen, ne, wir ja nicht. Aber wenn wir jetzt mal rechnen, wie viele Leute sind da in dem Zirkel? Wir sind sechs Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, mit mir sechs. Heißt noch drei andere Stimmen. Francis weiß ich, ist eine Stimme. Marty darf mal noch selber mitzählen. Dann sind wir bei acht. Aber in einem Monat bin ich Annie Damon, stimmt. Der ist ja bei uns. Wundert mich, das Kim? Hät ihr mir dann eigentlich alle anderen gewählt? Ich denke, ich weiß dich ja dann, das Wahlergebnis komplett. Weinen für ihn. Wieder alle Geschäfte auf, als ob nix gewesen wäre. Stimmt, Kai. Kai hat doch auch für ihn gestimmt. Das heißt, irgendjemand aus dem Hexenzirkel hat uns verraten. Sekunde. Dina, eins. Damon, zwei. Mira, drei. Violet, vier. Shelby, fünf. Ich die sechs. Marty hat sich selber gewählt. Wo ist Francis? Ich muss mal Francis fragen. Da ist Francis. We got lots of you for wedding gifts. Natalia made it a new cast iron pot. But don't tell her that my favorite gift is that portrait Parker gave us. Hmm. Mysteriös. Hat Francis sich vielleicht umstimmen lassen? Vielleicht werden wir das irgendwann noch erfahren. Und welche zwei haben übrigens für Lina gestimmt? Die überhaupt nicht zur Wahl stand. Naja. Nun gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Tschö. Tschö, 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 tschö. Untertitelung des ZDF, 2020